ja gut haben muss letztendlich so jetzt fröhlich weit zu machen so und jetzt zurück und zwar dahin und dann bitte rein also wochenende ja ja wir sind bereits so die fahrt beginnt um 1 uhr wir machen nur 30 und geht natürlich auch weiter geht es eh nicht zwei stunden intervall da fährt schon einer beruf verkehr machen wir mal 7 uhr 6 uhr 30 6 uhr 45 dann 7 uhr und 7 uhr 30 wie noch mal im halben stunden und zack so bei feierabend gehen auf das gleiche ab 6 uhr 30 bis 7 uhr 45 ne ok wäre doppelt 2 und dann halt im intervall von einer halben stunde da muss man alles durchdenken liebe leute ja so das wäre das hier das jetzt gucken wir noch mal bloß nicht die 1 an habe ich da nicht das nehmen wollen naja dachte ich mir noch schon so dann bloß nicht hier aber noch nach vier davon kaufen zwei davon und zwei davon so sind ja da gerade zwei busse unterwegs wie einfach kein schwein steht ich meine das ist die buslinie 1 ok so und dann auf halber kommt er dann die nächste so also buslinie 2 ok du ok ok also sie was 13 Prozent ok was ist das hier Hallo wie geht's denn ich bin hier weil ich sie um einen kleinen gefallen bitten will ich habe hier in der Stadt eben ein Bürogebäude gekauft sah wie eine tolle Investition aus. Aber dann fiel mir auf, wie schlecht die Nahverkehrsanbindung ist. Jetzt komme ich zwar prima hin und mit meiner Limousine, aber die normalen Arbeiter, die Sekretärin und so, für die ist es nicht so leicht. Können Sie da nicht einspringen? Ich vergesse nie eine gute Tat. Richten Sie eine Linie ein. Ziel Wolkenkratzer. Von da nach. Das krieg ich irgendwann später mal. Oh, die sind schon genervt. Diese Seiten hier genervt. So, da waren jetzt drei Leute rüber zum Busbahnhof. Ah ja. Oh, ich sehe schon, da rücken jetzt gleich die Busse aus. Ich sehe es gar nicht. Wie viel hat denn der noch? 13. Ihr müsst da eigentlich reichen. So, jetzt was haben wir gemacht? 6.45 Uhr, 7.15 Uhr, 7.45 Uhr. Haben wir, glaube ich, gemacht. Das dauert noch kurz. Also, auf der Rude scheinen mir immer 5 Busse unterwegs zu sein. Jetzt haben wir noch Able. Okay. So, da kommt ein Moment 2 heraus. Dann kommt ein 1er. Jetzt sind wir bereits nicht heute Nächte gekommen. Nächte 2er. Nächte 1er. Okay, jetzt rücken die aber raus. Und noch ein 2er. Okay. Überhaupt nicht übertrieben. Nein. Nein. Okay, da kommt jetzt 1. 2, 3. Da kommt dann noch einer. Weil dann schon wieder ein 2er. Oh, scheiße. Und da kommt gerade in 2er an. Dann würde ich hier einfach mal erst mal abspeichern. Start 1. Nee, dann denne ich jetzt mal LP. So, okay. Dann würde ich mal dann würde ich gerne das da hinten mal hinzufügen. fügen. So, das machen wir. So. Was ist eine Einbahnstraße? Ja, jetzt wird es kompliziert, weil jetzt habe ich ja die Straßen nicht selbst gebaut. Jetzt muss ich gucken, dass ich da hinkomme. Ich muss erstmal den oberen Bereich und dann den unteren. Einige Farbreite sind zu hoch. Juck mich nicht. Da ist auch wieder ein Farbreite.